So, weiter geht's nochmal mit dem Schock-Reform, Auktion heißt. Gucken wir mal, ob wir den unter 5 Minuten schaffen. Wenn nicht, ich zieh den jetzt einfach durch, weil ich muss den sowieso noch machen für die Liste. So, zack. So, gut. So, gut. So, gut. So, gut. Das bleibt mir schon mal glatt. Sehr gut, das bleibt mir schon mal glatt. Na, die Torch ist unten. Ja, super. Ich versuche schon mal die Torch zu holen. Okay. So, Torch haben wir. So. 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 Okay. Nein. So. 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 Ich krieg' nen Brechreiz. Na komm her. Naja egal. Schaff ihn heißt nicht in unter 5 Minuten. Ach ja auch egal. Mhm. So. Wollen die mich hier verarschen? No problems at all. Everything is cool. Just give me a minute here. Thanks. Toll. So. Aha. Die Volleybags hier nehmen. So, was ist hier nicht so auf der anderen Seite? Natürlich da wo die Wache hingeht. Oh. Shit. Hey. Alter, geht mir das auf den Sack. Boah, jetzt kommt die Wache rum. Ich krieg' doch echt nen Brechreiz. Wie kann man so viel Pech haben? Shit. Ja. Larry, are you still standing around? Ich bin so langsam in dem Heist. Das geht aber auch nur mit mehreren, bin ich immer noch der fesselfesten Meinung. Oh, ja. Woah. Oh ja. Ich habe die Karte hier. Gut. Now, hurry up and turn the lights back on, or people will get suspicious and sound the alarm. Now move into the office, but stay quiet. Stop! Everything's fine, no visuals. Habe ich gerade die Scheibe getroffen? Hey. Look. Hey, was denn das bei wo? Das ist mal knapp. Ne, ist schon auf der anderen Seite zu sein. Also das Büro ist hier hinten. Na hier ist es. Ja. Oh Mann, 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 Mann. Awareness. es werden drei page haben so morgen code you should be able to see the code get it and go open the vault hey make sure you get the code right it's my 9 5 1 the tone just fits into the drawer now it would be a good time to break out that torch you found before friends ok done so good then we have easy peasy lemon squeezy light is on the other side na geht doch meine fresse oh nicht runterfallen so perfekt alles erledigt nur sieben minuten drüber professionell work beautiful work friends you made less noise than my cat on that one now let's see what we can do with that artifact yeah duke will get you looking at it as soon as you get back to the safe house ok sehr schön das weiß shacklethorn auction heißt auf overkill und dann geht's nächstes mal weiter mit irgendeinem anderen heißt du oder dem nochmal mal schauen tschüss Bis zum nächsten Mal.